Neue Busse für die DVG. Die Dessau Verkehrs GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Dessau, bekommt 10 neue Busse. 4 davon noch in diesem Jahr. Insgesamt sind im Linienverkehr in Dessau-Rosslau 20 Busse mit Erdgasantrieb im Einsatz. Die Hälfte wird bis einschließlich 2015 erneuert. 13 Buslinien, 8 davon im Tages- und 5 im Nachtverkehr. Mit einer Streckenlänge von rund 160 Kilometern bietet die DVG den Fahrgästen. Allein in Dessau werden 280 Haltestellen bedient.